Mein Name ist Eduard Schelling und ich bin Gesellschafter von Pondockforsch. Ich möchte mich beim Herrn Kneuer und seinem Team recht herzlich für die bisher geleistete Arbeit bedanken. Was wir selten erleben und wo Herr Kneuer und sein Team eine deutliche Ausnahmeerscheinung darstellt, ist die Liebe zum Detail, die wir auf allen Ebenen erleben durften. Sowohl bei der Erstellung der Unterlagen haben wir Hilfe bekommen, als auch während des Drehs wurden uns viele Tipps gegeben. Wir sehen, dass es mehr ist als nur Video, sondern da steckt auch ein Marketinggedanke. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Hilfe von Herrn Kneuer und seinem Team Erfolg haben werden mit unseren Videos und wir können Herrn Kneuer und sein Team nur wärmstens weiterempfehlen.